Also, ich, äh, männlich, 31, habe seit 6 Monaten eine Beziehung mit ihr, 28. Mein Problem, sie hatte vorher sehr viele Sexualpartner. She belongs to the streets. Und ist ein sehr sexhungriger Mensch. Nicht falsch verstehen. Jetzt kommt hier political correctness, ne? Nicht falsch verstehen, Freunde. Die Anzahl der Partner ist nicht mein Problem, eher mein fehlendes Vertrauen. Wir kennen uns schon einige Jahre, sind befreundet gewesen, hatten schon immer irgendwie Interesse, aber da lief nie was. Nun sind wir beide Single gewesen, waren auf einigen sehr schönen Dates und es hat bei beiden gefunkt. Die Beziehung ist schön und sehr liebevoll. Ihr Sex-Drive ist deutlich höher als meiner, was mich verunsichert. Ich habe es angesprochen und sie meinte, dass sie das nicht stört. Was ich aber auch weiß, ist, dass sie vor mir sehr viele Sexualpartner hatte. Circa 40. Das ist jetzt nicht wertend gemeint. Natürlich nicht. Aber es verunsichert mich. Ich halte ihr das nicht vor. Ist ja ihr Leben, geht mich nichts an. Durch meinen Job, ich bin Arzt, sehen wir uns zwei-, dreimal die Woche. Die Zeit ist sehr schön. Meine Wochenenden sind oft dienstlich belegt. Sie arbeitet in einem Architekturbüro und hat eigentlich immer abends frei und am Wochenende auch. Ich hatte sonst kaum ein Problem mit Eifersucht. Sie gibt mir auch keinen direkten Grund. In meinem Kopf meldet sich aber immer wieder eine kleine Stimme. Diese Stimme fragt, ob ich ihr wirklich vertrauen kann, ob sie nebenbei noch jemanden anderen als Sexpartner hat, obwohl wir beide monogam leben und unsere Beziehung auch so definiert haben. Ich will ihr gegenüber kein großes Ding draus machen, weil es ja mein Problem ist. Ich finde nur keinen Umgang damit. Ich denke immer, wenn ich mal nicht bei ihr bin, dass sie zu einem ihrer ehemaligen F-Plus Kontakt aufnimmt und mich betrügt. Wie geht man mit sowas um? Ja, wir haben darüber ausführlich gesprochen. Ihr könnt übrigens auch schon mal schön in den Chat schreiben, wie der junge Mann damit umgehen sollte, aber die Sache ist eigentlich ganz, ganz klar. Und am Ende kommen wir genau auf das wieder zurück, was ich immer wieder sage und schon oft gesagt habe. Kein Mann akzeptiert oder kann oder kann nur sehr, sehr schwer eine Frau akzeptieren, die schon viele oder einige, ja, es müssen nicht mal viele gewesen sein, Sexpartner hatte. Und das liegt nicht daran, weil hier haben wir dieses perfekte Beispiel von jemandem, der von der Gesellschaft geprägt worden ist, von unserer heutigen Gesellschaft, die natürlich sagt, hey, das ist doch kein Problem und jeder kann machen, was er möchte und es hat doch nichts mit dir zu tun. Und natürlich auch ganz wichtig, ne, du musst schon selbstbewusst sein und wenn du selbstbewusst bist und sicher bist, vor allem in deiner Männlichkeit gefestigt bist, dann wirst du kein Problem damit haben, dann wirst du darüber hinweg schauen können. Das ist der eine Teil, ne, deswegen schreibt er auch so oft hier, wo hat er das geschrieben, die Anzahl der Partner ist nicht mein Problem, eher mein fehlendes Vertrauen. Dann schreibt er, ca. 40, das ist nicht wertend gemeint. Also damit betont er das, was ihm die Gesellschaft beigebracht hat, nämlich, hey, es ist kein Problem, wenn eine Frau viele Sexualpartner hatte, da im Endeffekt wir ja alle gleich sind. Also kann man keine Frau dafür verurteilen, nur weil sie halt rumgereicht worden ist. Aber, aber, jetzt kommt der Konflikt, ne, nämlich mit seiner Software im Kopf und seiner Hardware, dass die Hardware, also das, was ihm angeboren ist, die Signale, die gesendet werden, nämlich dieses fehlende Vertrauen, was er als fehlendes Vertrauen interpretiert, die Stimme, die er hat, die fragt, ob ich ihr wirklich vertrauen kann, ne, und das sind ja immer diese Signale, für die er, die er nicht kontrollieren kann, die aus seinem kleinen Reptilien-Gehirn kommen und die ihn warnen, ne, die ihm sagen, pass auf, diese Frau hatte schon viele Sexualpartner, ihr kann man und ihr solltest du nicht vertrauen. Und jetzt hat er diesen Konflikt zwischen seiner Software, die ihm eingepflanzt worden ist, quasi von der Gesellschaft und auf der anderen Seite die Hardware, die tief in seiner DNA ihm angeboren ist. Und das führt dazu, dass es jetzt halt für ihn problematisch wird, weil eigentlich, eigentlich kann er von Natur aus ihr Verhalten nicht akzeptieren. Und es hat seinen Grund, und zwar einen triftigen Grund, warum er ihr nicht vertrauen kann, warum er auf einmal eifersüchtig ist, obwohl er wahrscheinlich vorher bei den Beziehungen nicht eifersüchtig war, ne, weil er jetzt in eine Frau angefangen hat zu investieren, mit der er sogar vorher befreundet war und das nicht in Frage kam. Auch hier also spürt er diese, ich bin bedürftig, ich bin optionslos-Vibes, mit der er vorher befreundet war. Er wusste also, auf was er sich einlässt, ne, also einen Grund mehr, warum das aus einer sehr bedürftigen, optionslosen Situation kommt, weil wenn du schon vorher weißt, boah, die ist nix, ne, lass mal lieber, dann lass doch die Finger davon. Also, sorry. Da gibt's kein Argument zu sagen, ja, komm, ich probier's trotzdem mit dir. So, aber wie gesagt, dadurch, dass er halt keine andere Wahl hatte, dass er keine besseren, oder gar keine Möglichkeiten wahrscheinlich, weil bei Bodycount 40+, hast du wahrscheinlich gar keine Möglichkeiten, ne, lässt du dich drauf ein. Deine Software sagt in deinem Kopf, also das, was dir die Gesellschaft eingeredet hat, hey, es ist kein Problem, ne, warum auch. Jeder kann machen, was er möchte, was auch stimmt. Aber deine natürlichen Instinkte, die sagen dir jetzt, wo du angefangen hast, quasi in diese Frau zu investieren und der Invest ist, indem der Mann sich sagt, okay, ich verzichte auf alle anderen Frauen, auch wenn vielleicht diese allen anderen Frauen vorher nicht da waren, aber theoretisch verzichte ich auf meine Sexualstrategie, die heißt, ne, ich hab viele Frauen, ich springe von Frau zu Frau, ich investiere nur in dich, aber dafür musst du mir das geben, was für mich als Mann das Wichtigste ist, nämlich die Garantie, dass kein anderer Mann dich auf irgendeine Art und Weise anfassen wird, um dich dann halt quasi am Ende zu schwängern, ne, weil meine Angst ist, ich möchte nicht das Kind eines anderen Mannes auf irgendeine Art und Weise erziehen oder meine Ressourcen dafür verwenden, ne, daher kommt das ganze Ding her. So, und dadurch aber, dass sie ihm das nicht garantieren kann, weil sie schon in der Vergangenheit bewiesen hat, dass ihr Filter komplett kaputt ist, weil, ne, hatten wir auch schon mal, 40 Männer heißt die Wahrscheinlichkeit, dass da mindestens 30 bis 35 Stück nur Loser gewesen sind, also Typen, die jede andere Frau ausgeschlossen hätte, aufgrund, ne, ihrem Hypergabenfilter, aufgrund ihrer riesigen Anspruchsliste, heißt das für mich, du bist nicht in der Lage, richtig Männer auszusortieren, du, dich kann jeder haben sozusagen und das ist für mich keine Garantie, dass ich dir vertrauen kann und genau das passiert jetzt, nämlich diese kleine Stimme, die er als kleine Stimme nennt, ne, er versucht ja sich rational auf irgendeinen, also wir Männer, wir versuchen ja die ganzen Sachen so ein bisschen rational zu erklären, ne, warum, warum, warum fühle ich jetzt, obwohl ich doch vorher keine Probleme hatte, ich muss doch jetzt eigentlich vertrauen, eigentlich habe ich ja kein Eifersuchtsproblem und das ist halt sein Problem und er sagt, okay, das ist so eine kleine Stimme, die sagt mir so, ah, ne, und die setzt mir so Gedanken in den Kopf, dass sie vielleicht jetzt fremd gehen könnte, was im Übrigen auch nicht tun muss, ne, also es geht nicht darum, dass, also nur zum Verständnis, es geht nicht darum, dass sie jetzt wirklich was macht, ne, also ich gehe sogar davon aus, dass sie super treu ist, dass sie monogam lebt, dass sie auch mit seinem, mit dem Sexleben erstmal natürlich, ne, erstmal natürlich auch zufrieden ist, ne, dass sie damit kein Problem hat, das bezweifle ich nicht, ne, das ist jetzt nicht so eine Anschuldigung nach dem Motto, okay, die hüpft jetzt hier von Bett zu Bett, wir gehen davon aus, dass sie jetzt wirklich sehr, sehr treu ist und sie auch liebt und sie auch zufrieden mit seinem Sexleben, mit dem Sexleben ist oder mit dem, was sie da halt mit ihm hat. Trotzdem kommt diese kleine Stimme, die dir sagt, keine gute Investition, Vorsicht, ne, sie wird dich in der Zukunft auf irgendeine Art und Weise quasi f***chen. Und das ist halt dieser Konflikt, den er hat zwischen seinen, seinen Kopf sozusagen, seine Software, ne, das, was, was die Gesellschaft ihm da so eingeredet hat, was er bis jetzt gelernt hat und das, was natürlich die Natur des Mannes in dem Punkt ist, ne, dass sie sich sagt, sorry, will ich nicht und das führt halt zu dem Problem, was er hat, dass er einfach generell einfach Vertrauensprobleme hat und dass er dieses Kopfkino die ganze Zeit hat, dass diese Gedanken kommen und genau daher kommen halt diese Gedanken und dagegen wird er nichts machen können. Also du kannst noch so viel an deinem Selbstbewusstsein arbeiten. Das Einzige, was du machen kannst, ist irgendwann das so wegzudrücken sozusagen, dass du einfach drüber hinweg schaust, ne, und es einfach akzeptierst. Aber es ist halt ein sehr unangenehmes Gefühl und dann wäre natürlich auch die Frage der Fragen, warum solltest du das machen? Denn, wenn wir das Ganze jetzt weiterspinnen, selbstverständlich ist, da müssen wir jetzt auch nichts vormachen, ne, auch wenn sie jetzt vielleicht eine super Frau ist, sie wird definitiv in der Zukunft ein ganz, ganz großes Problem für ihn werden. Ne, denn bei 40 ist natürlich die Wahrscheinlichkeit einer Allverprägung sehr, sehr hoch. Sie sagt selber, sie, äh, oder besser gesagt, er sagt selber, er hat keinen hohen Sexstrife, was im Endeffekt auch bedeutet, er bringt es nicht im Bett. Okay, das ist im Endeffekt die Übersetzung. Damit will er einfach nur sagen, hey, sexuell kann ich ihr nicht das bieten, was sie möchte. Und das ist ein riesiges Problem. Weil Sex ist der Kleber, der Beziehungen zusammenhält und sexuell musst du einfach, also vor allem heutzutage, musst du als Mann sexuell es drauf haben. Also, lasst mich euch eine Sache mitgeben. Ihr müsst im Bett in der Lage sein, die Frauen auseinanderzunehmen. Könnt ihr das nicht? Habt ihr verloren. Und Frauen erwarten das von euch. Vergesst das nicht. Ihr braucht sie also nicht. Er braucht sie, also diese Frage, die er ihr gestellt hat oder dass er mit ihr redet, ne, absoluter Fehler. Kompletter, also er ist schon in diesem Betalisierungsmodus. Er geht in diesen Pussy Diagnose Modus sozusagen. Ne, er geht auf sie ein und ja, hier Schatz, hier und da, na, 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 na. Da wird automatisch betalisiert. Also sie, für sie, also wir gehen nochmal davon aus, dass sie ihn wirklich als diesen qualitativen Alpha-Typen sieht. Was ich übrigens auch nicht glaube, aber das liegt übrigens daran, weil es aus einer freundschaftlichen Ebene passiert ist und aus einer freundschaftlichen Ebene bedeutet, sie besitzt keine brennende Leidenschaft für ihn, sondern er ist wahrscheinlich ein guter Fang für sie. Aber gehen wir mal, wir gehen immer vom Best Case aus. Also gehen wir mal vom Best Case aus. Mit der Zeit wird sie halt merken, dass er einfach sehr, sehr verunsichert ist. Aus gutem Grund. Und dadurch sinkt er natürlich weiterhin, was die Attraction angeht. Aber, nochmal, sogar ohne das ist es eine Frage der Zeit, weil Frauen wollen einfach Männer haben, die wissen, wie man sie im Bett behandelt. okay? Sie wollen es euch nicht zeigen, sie wollen euch auch nicht sagen, was ihr machen sollt. Frauen stehen nicht drauf. Frauen wollen, dass ihr wisst, wie das geht. Und es interessiert sie einen Sch***, woher ihr das gelernt habt oder ob ihr das irgendwo gelernt habt. Erinnert ihr euch noch an Will Smith und Jada Pinkett Smith? Oder besser gesagt an Jada Pinkett Smith, die rausgegangen ist und gesagt hat, Will Smith bringt's im Bett nicht und ich verlange von einem Mann, dass er weiß, wie er mich befriedigt. Ich will ihm das nicht sagen. Er muss es wissen. Okay? Und da wir heute sehr frei leben und Frauen die Möglichkeit haben, Männer kennenzulernen, die ihnen das genau bieten, kannst du es dir als Mann nicht erlauben, im Bett wenigstens eine Bombe zu sein. Okay? Du musst keine Granate sein, du musst jetzt auch nicht, ne? Aber du musst schon Skills beherrschen, um zu wissen, wie man eine Frau befriedigt. Und das ist halt schwierig, wenn du halt als Mann wenig Erfahrung hast oder vor allem, wenn du natürlich auch merkst, dass die Frau viel, viel mehr Erfahrung hat als du. Verständlicherweise. Weil du weißt als Mann, du musst es bringen. Und wenn du es nicht bringst, dann weißt du, irgendwann wird sie anfangen, sich an diese geilen Typen, vor allem sie natürlich mit 40er Bodycount, da werden sicherlich eine Handvoll dabei gewesen sein, sagen, lass es nur zwei oder drei gewesen sein, und das reicht schon. Aber die werden dann hochkommen irgendwann, weil die sagen wird, guck mal, damals, ne? Der Tyrone, der mich zerlegt hat im Bett. Ich bin drei, vier Mal gekommen. Und das wird dann für ihn ein riesiges Problem werden. Und auch das übrigens wiederum instinktiv weiß er, dass ihm das irgendwann zum Verhängnis wird. Und das ist halt das Problem, wenn du als Blue Pill geprägter Mann dich auf solche Frauen einlässt. Und in diesem Beispiel sogar ist es etwas, was er hätte vorher selbst sehen können. Das ist jetzt keine Frau, die er jetzt kennengelernt hat, zweimal gedatet hat und danach mit ihr in eine Beziehung eingegangen ist. Sondern er war mit ihr befreundet. Er hat gesehen, was sie gemacht hat, was sie getrieben hat. Aber, wie gesagt, wenn du halt da stark Blue Pill geprägt bist, also wenn du keine Ahnung von Dynamiken hast, wenn du keine Ahnung von Frauen hast, dann rennst du halt da rein. Wenn du auch noch der Meinung bist, du müsstest tolerant sein und alles akzeptieren, weil ja alle Männer und Frauen ja gleich sind, selbstverständlich, dann ist das die Konsequenz. Und wie ich immer so schön sage, und darauf möchte ich hinaus, die meisten Männer haben kein Problem damit, wie ihr auch hier seht wieder. Ja, die einen hat ja kein Problem damit, aber sobald sie damit konfrontiert werden, mit der Realität, haben sie doch ein Problem damit. und dann wird es halt schwierig. Und das ist die Konsequenz an dieser ganzen Sache, meine Damen und Herren.